Philippsthal Philippsthal Ja, ich weiß, wir erst fällen Hochdruck, das ist wohl hier im Westen Und wir haben noch gar nicht die Flagge gehisst hier jetzt Mal gucken Jetzt kommen wir erstmal in den Wads Mitte rein Hinten irgendwo Erstmal hier gucken Philippsthal, was da im Großen ist 26. 14. 13 Ein bisschen Nebel noch Hier ist ein Fluss sogar Wäsche umgeschenkt hier Was haben wir nicht alle jetzt? Hier hinten die Sonne Wir wollen eine Morgenröte Hinten Aber ich denke, wir fahren gleich weiter Da hinten ist noch ein Zug irgendwie Oder wo kommen wir da noch zu hin? Oder wo kommen wir da noch zu hin? Hinten Wolfsberghalle, rechte Seite Da hinten die Hinten Da hinten die Hinten Mit das Tisch und Kegelbaden Zimmer Hier ist das Zimmer Hier ist das Zimmer Gestern habe ich nach dem Zimmer gefragt In Wacher Und Da wussten sie nichts dazu sagen Und dann habe ich gesagt Meine Eingrauchzimmer Und Wah Und dann wussten sie schon Habe ich jetzt nicht nur Eingrauchzimmer sondern nur Eingrauchzimmer Ja Hier ist Philippsthal Das muss ja irgendwo hinführen hier Die Straße ist ja ziemlich groß Das muss ja irgendwo hinführen hier Hier kommt noch nichts mehr, oder? Hier kommt noch nichts mehr, oder? Da sind wir im Grenzbezirk Wurbelweide hin, fangen wir wieder zurück Da sind profane Hissen Ah, so sieht das doch schon ganz anders aus Da ist ein Reitverein Da ist ein Reitverein Da ist so ein Doppelkreuz drauf Das habe ich immer Das habe ich immer in in der Slowakei gesehen So ein doppeltes Kreuz Da muss irgendwas mit Religion zu tun haben Da ist so ein Orthodoxe Da ist so ein Doppelkreuz Und die war da glaube ich Möcklinge Das war klar Da ist so ein Doppelkreuz Hier Da ist so eine Doppelkreuz Da ist so eine Doppelkreuz Jetzt sind Feuerreiche sogar Wartboot, Hotelrestaurant, Grünblick, weit besser noch billiger gewesen als in Wachtaar. Hier ist so ein Berg da, voraus. Dann können wir das mögliche runterfahren. Aus Kreuzberg, das war ja in Berlin glaube ich. Da kannst du drüber abparken. Da war mir das ein bisschen komisch geworden. Jetzt sind wir einmal neben da draußen. Genau die gleichen Daten. Jetzt geht es wieder vorbei bei so einem Schussleih. Da ist ganz gut das Ding. Jetzt können wir das hier ganz kurz erst mal auf. Das muss man hier auch. Da ist noch zu. So, dann haben wir das erst mal gesehen. Da geht es dir. Das ist ein Teilbau. So was kann ich auch mit Aluminisch arbeiten. Das ist ja auch ganz gut. Ich weiß nur, so was kann ich mit Aluminisch arbeiten. Äh, nicht mehr hier drin. Sichtvoll nicht mehr. So, dann kommen wir zu. Dann kommen wir zu. Dann kommen wir zu. Philips-Tal. Das ist der. Da ist bestimmt noch ein paar Emswerke. Irgendwas, wo du siehst. Wir waren auch nur in Holland. Das ist eben nicht mit hier. Wo wir so ein bisschen hier. Das ist ja so verletzt. Quali AG. 2020 Klasse. Görse Schäften. Wo wir in den Barschuld eigentlich. Und das ist jetzt Riechshof, gleich mit neben. Riechshof hat eine große Fremdenanlage, bzw. Schachtenanlage. Das ist ein Parli-Werk hier. Sehr hart. Ja, er freut sich voll langsam genug. Aber wir sehen, die besser wird das RS. Das ist ein Spielhallömi, mal heißen Sie. Das ist ein Spielhallömi, das ist ein Spielhallömi. Die nächste Wärme, Klima-Technik und Kopf. Fleischerei, weiße Rund, weiße Rund. Rechte Seite ist mein Geschick. Bahnhof. Rechte Seite. Oh, wie meint das so aus? Links. Ach nee, ist ja nur ein Feld da. Wer ist das denn? Preisfeld. Kannst du sagen. Schafkehrer links rein. Hier ist noch ein Dar-Kontrolle. Das stimmt tatsächlich, da hinten ist unten. Wir fahren mal rechts hoch nach Hering. Hier, da hinten ist. Hier doch noch nicht, da. Das ist ja irgendwie da. Das war zu früh der Schild. So, rechts hoch. Da, wo wir hier gucken. Jetzt will ich hier mal Heringe haben. Ich mach mich mal fest. Ah, das ist so hart, haben sie bestimmt. Heringe nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken.